Hey Koi! Ich liebe dich, Krabby! Halli... Loooooo... Scheiße... Wer... Leerzeichen? Leerzeichen hab ich's sagt... Okay, ein Beistrech... Beistrech... Fuck you... Es gibt doch ein Leerzeichen... Love... und... Uh... Okay, sehr gut... Okay, Lauf-Jubo den Box übertragen... Noch ein Scheissbiner... Na gut, jetzt geb ich die auch richtig... Scheiße... Ok... Krab which've really... Lutt chillt... Ok... Ja... jetzt... ja, jetzt... jetzt... blablablablablablablablablabl... heil deine Pokémon wieder rauf und geh zurück auf die beschissen Router, die du überhaupt hassen tust auf jeder Welt! ablegen, 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 nehmen... Ähm, das Vieh und nötig das bei mir. Okay, ähm, wer von euch beiden hübschen kann den Zerschneider lernen? Beide. Wer kann selber lernen? Beide. Wer kann selber Trümmerer lernen? Beide. Wer kann Blitz lernen? Keiner. Wer kann Schleiker lernen? Beide. Geile Pokémons. Okay, wir nehmen, wir nehmen, wir nehmen, wir nehmen, wir nehmen Krabbi. Ähm, Schlampfer. Kräftige Scherenattacke führt eventuell zum K.O. Geile Scheiße. Schutzschild. Krabbhammer. Das ist ne geile Wasserattacke, ja? Schlägt mit Schere zu. Krabbi ist aber irgendwie ein geiles Pokémon. Schlampfer mit Fuß gegen Kliegner schreckt eventuell zurück. Geile Attacken. Muss schon sagen, muss schon sagen. Das überlege ich mir gerade, ob ich sie ins Team aufnehme. Was ist denn das? Pokémon. Ähm, Bericht. Wasser. Verhindert Angriff reduziert. Bericht. Wasser. Verhindert Angriff reduziert. Verhöhner, Krabbhammer, Schwertertanz. Erhöht den Angriffswert drastisch. Das hat auch geile Attacken. Nicht den Gegner rein. Er benutzt nur noch Angriffe. Schlägt mit Scherer zu. Volltreffer. Chance. Oh. Alter, aber geile Attacken irgendwie. Erhöht den Angriffswert drastisch. Kräftige Scherentacke führt eventuell zum K.O. Ah, genau. Ich hätte 30. Aber im Moment genau, ich hätte das nicht so. Hm, also nochmal geile Wasserpokémon irgendwie. Ich überlege gerade. Vielleicht, vielleicht. Schade. Okay. Ich will in den Kommentaren hören, ob ich mir den Krabbi holen kann. Aber ich habe schon so ein Picks. Oh, scheiße. Das sind wirklich geile Pokémon. Zerschneider. Nö, das will ich nicht haben. Zerschneider. Und versau ich jetzt mal meinen Krabbi. Ich weiß ja, wo ich ein neues kriege. Schlumpfer. Surfer? Stärke. Und zerschneider. Okay. So leicht findet man ein cooles Pokémon, das fast ziemlich alles kann. Pokémon ablegen. Hm, hm, hm. Ablegen. Das hat uns vielleicht noch ein zweites Krabbi holen, falls Sie mir irgendwann mal Dings lernen wollen. Ähm, wie heißt das? 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 Ich hätte mir doch einen Wasserstein mit in dem Sonnen. Da entwickelt sich das Ding mit Dings. Ah, mit Dings. Mit, äh, sagst du schon, Wasserstein oder mit Level 52? Ich bin mir immer ganz sicher. Items bewegen. PC von 6.0. Nehmen. Ewigstein. Mondstein. Protein. Ablegen. Lavagricks. Protein. Aufwecker. Brauchen wir noch, brauchen wir noch, brauchen wir noch alles. Wir bauen mir das um, um Lichtglas-Teil brauchen wir auch nie mehr, oder? Ah, nö, nicht so. Ne, so. Ja. Ablegen. Schattenglas. Okay. Und blablabla. Und, ja, wir gehen auf den Pokédex. Wir gehen auf Arcani, was ich, äh, auf Arcani, wie gesagt. Aufgeben. Und gucken wir mal an, was das alles so kann. Hm, sonst steht auch nicht die Auswahl zwischen einem Drag und hier. Das kriege ich ja auch bald. Okay, weil ich jetzt ja nie so gehen. Ach, komm schon. Hab ja nicht, ich meine, ich nehme ja richtig Zeit, johin, 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 johin. Blablabla. Ähm, Beutel. Nö, 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 nö. Eilrad. Nö, wir wollen's wählen. Blablabla. Achso, scheiße. Es ist gefährlich auf dem Weg mit dem Hermone-Fahrer-Bla. Okay, wir backen jetzt mal voll gegen alle Wände. Bam, bam. Unser Held soll ewigste Kopfschmerzen davon tragen. Über Hirn-Trauma und so. Alles, was geht. Alles, was ich... Alles, was... Wir haben uns mal durch diesen beschissenen Tunnel. Fuck, ist es so arsch. Scheiß, alter Mann. Scheiß, meine Schweißperlen am Schweißperlen. Ich vermute mal, dass ich keine wissen. Aber jetzt wisst ihr es. Gibt es hier nicht irgendwo im Markt? Nein, haben wir es kapiert. Du bist ein gar nicht-schnittelchen. Stieß da rum. Superball, supertron. Wir nehmen uns trotzdem noch 10 mit. Dann machen wir sie einfach, weil wir es können. Weil wir es können, speichern. Und reden jetzt Spaß die mal an. Oh, 608. Wir sollen also quasi die Stadt retten. Hat er uns gesagt. Krabby. Noch ein Krabby. Es gibt auch Hacke viele XP. Hey, Bro. Na, 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 na. Ah, da na. Was tut mir, hey. Wir sollten uns echt die Sache mal doch lösen. Oh, du bist Ticks noch. Hallo, rennest du dich an uns? Zeig uns, wie stark du wann bist. okay das war das stichwort in ausbildung von interviewer pia und udo die ukineser und schlitzer ukineser und schlitzer krams krapings ich habe irgendwas nicht gelesen toll richtig toll wieder das machst versteckt sein fokus magic selbst gewinne sein und das war's mutter-butter-publik, mutter-erfangspunkte, brumbeer erhältst du ebenso erfangspunkte und auch op erhält erfangspunkte und ja pira geld rennst du dich das hast du uns das jetzt mal nach deinem kampf gesagt so etwas vergisst man nie was meinst du wunderbar danke okay wir möchten über das gefühl in sicht unseres kampfes beschreibst kurz bitte okay lass mich überlegen also mein lifestyle hat was mit geld zu tun okay danke ja das ist perfekte schlagwort ich bin überzeugt dass das eine großes großartiges tv äh großartiges tv-sendung wird vielleicht strahlt sie das im fernsehen aus also achte auf das programm okay man sieht sich ja danke meine freunde meine freunde okay fiktig fiktig jetzt nie warum redest du mir von der seite an ich mag es nicht wenn man mich von der seite an aber ich bin angler aber auch ein trainer ich ziehe die pokémon auf die ich gefangen habe oh you know say als trainer mach ich ja so also ich mach sowas überhaupt nicht als trainer ich ich knall den in den münddonner wenn ich sie nicht mehr brauche 58 scheiß die wandern das ist sehr effektiv oder